ja grüßt euch ja ich muss da mal was loswerden und das geht an die jungs von rate den film ja an euch zwei geht das ihr bei euch kann man ja gewinnen was man will man bekommt die preise ja eh nicht unfassbar rate den film leute schaut euch mal die seite von denen an ganz komische menschen sind das rate den film ja von wegen preise ich habe jetzt zweimal gewonnen einmal steht sowieso mein preis noch aus was soll das also rate den film ja gibt es auf facebook und auf youtube ja die zwei wo sind meine preise rate den film